Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es soll mal wieder um Forge of Empires gehen. Und wie ihr seht, soll es um ein bestimmtes Thema gehen, was aus meiner Sicht im YouTube-Universum viel zu selten behandelt wird. Und zwar dem Thema Gilde vs. Gilde, GVG. Ja, das ursprüngliche Gildengemetzel, wo Gilden sich einander bekriegen konnten, bevor es die Gildengefechte gab. Das Thema GVG ist schon sehr alt. Ich weiß gar nicht genau, wann es eingeführt wurde. Ich könnte es jetzt nachschauen. Habe ich mich nicht gut genug vorbereitet. Aber darum soll es gar nicht so sehr gehen. Vielleicht trage ich das irgendwann mal nach. Denn das wird hier nicht das erste Video zum Thema GVG sein. Ich habe vor, eine ganze Reihe Videos zu machen. Dieses Video soll so ein bisschen Allgemeines erklären. Und dann fangen wir mal damit an. Also als erstes vielleicht mal kurz gesagt, wie findet man GVG? Wann oder wie kann man am GVG teilnehmen? Man kann grundsätzlich nur am GVG teilnehmen, wenn man am PC spielt. Zumindest fast grundsätzlich. Es gibt am PC diesen Knopf hier unten. Den kann man drücken. Oder man drückt auf seine Keyboard-Taste V. Und dann öffnet sich die Gildenkarte der Kontinente. Im Vergleich zur Karte der Kontinente ist das eben die Karte, wo die Gilden gegeneinander kämpfen. Und hier gibt es für jedes der in Anführungsstrichen niedrigen Zeitalter eine eigene Karte. Bis einschließlich der Zukunft. Und danach gibt es noch eine Karte, die nennt sich Alle Zeitalter. Wenn ich mal über ein anderes Zeitalter fahre, sieht man das Label Alle Zeitalter. Das ist die Insel hier unten. Was fehlt, ist das Zeitalter Bronzezeit. Weil da kann man noch kein GVG spielen. Man muss also, wenn man GVG spielen möchte, mindestens in die Eisenzeit wechseln. Und man sollte eben entsprechend Einheiten haben, um im GVG kämpfen zu können. Es gibt nämlich im GVG nicht die Möglichkeit zu verhandeln. Also, wie geht das? Wir können ja mal grundsätzlich gucken. Auf einer Karte, wie zum Beispiel der Eisenzeit, sehen wir verschiedene Sektoren. Und man kann grüne Sektoren sehen, das sind die eigenen Sektoren. Und man kann rote Sektoren sehen, das sind die Sektoren von fremden Gilden. Und man kann natürlich fremde Gilden angreifen. Und man kann natürlich ebenso angegriffen werden. Wir haben jetzt hier eine Zeit, es ist kurz nach 11, wo im GVG grundsätzlich nicht viel passiert. Es gibt nämlich auch eine wichtige Zeit am GVG. Und zwar immer um 20 Uhr. Wie ihr seht, gibt es hier eben auch einen Countdown. Und der zeigt den nächsten Zeitpunkt der Berechnung an. Und immer wenn dieser Countdown abläuft, werden alle Sektoren freigegeben, die man am Tag zuvor erobert hat. Das ist wie gesagt immer um 20 Uhr. Und da passiert eigentlich die große Action. Wenn wir hier mal ins Eisenzeitalter gehen, dann sehen wir, hier passiert nicht viel. Man sieht hier, keine Angriffe finden statt. Und nichts wurde erobert. Woran erkennt man das? Wenn wir mal vergleichen, ich gehe jetzt mal auf die Karte Alle Zeitalter. Dann sehen wir hier lauter Schilde. Und diese Schilde sind Sektoren, die kürzlich erobert wurden. Die wurden also innerhalb der laufenden Abrechnung erobert, diese Sektoren. Und diese Schilde haben wir hier gerade in der Eisenzeit nicht gesehen. Wenn ich jetzt hier grundsätzlich mal über die Karte gehe, sehen wir auch fast nirgendwo solche Schilde. Hier unten sind zwei Schilde. Aber sonst passiert hier nicht viel. Das hat einen weiteren Grund, der einfach ein Teilnahmegrund ist, eine Voraussetzung zur Teilnahme. Und zwar, man muss über Güter verfügen. Güter in der Gildenkasse. Wenn man in der Eisenzeit kämpfen möchte, braucht man zum Beispiel einige Eisenzeitgüter, um angreifen zu können. Wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel nehmen wollen würde, und wir würden hier angreifen wollen, dann müssten wir dafür 230 Güter von jedem Gut in der Eisenzeit verwenden. Und das ist schon eine ganze Menge. Und wenn man das nicht hat, dann kann man hier nicht teilnehmen. Wenn man selbst wenig Sektoren hat, muss man entsprechend weniger bezahlen. Aber darauf gehe ich im Detail noch später ein, im Laufe der Serie. Also Grundsatz und Voraussetzung für die Teilnahme am GVG ist, man spielt am PC. Man hat Güter in der Gildenkasse, in dem Zeitalter, in dem man angreifen möchte. Man hat ausreichend Einheiten, also man braucht auch mindestens acht Einheiten, so wie man das kennt, um einen Angriff zu starten. Und man hat idealerweise um 20 Uhr die Möglichkeit teilzunehmen, weil eben um 20 Uhr der wesentliche Teil im GVG stattfindet. Es gibt eine Ausnahme. Also man kann, es gibt die Möglichkeit am Handy zu spielen. Die ist aber relativ begrenzt. Ich habe das mal versucht, über mein iPhone mir dort einen separaten Browser zu installieren und dort Forge of Empires zu öffnen. Aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Einerseits ist es auf einem Handy, also schon die Stadt ist sehr klein, wenn man die Handy-App installiert hat. Wenn man das im Browser öffnet, ist es noch kleiner, weil man ja noch zusätzlich zu der eigentlichen Größe der Stadt auch noch das Fenster des Browsers hat. Und dadurch wird die Karte noch verkleinert. Wenn man dann jetzt auf die Karte der Kontinente wechselt, dann kann man sich vorstellen, hier ist es noch alles viel kleiner, dass es echt schwierig ist, am Handy hier wirklich was effektiv zu machen, wenn man sich das in einem Handy-Browser, also das Spiel in einem Handy-Browser öffnet. Es gibt auch nur die Möglichkeit, das über bestimmte Browser zu machen und ich habe ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, wie ich das an einem iPhone machen kann. Weil jedes Mal, wenn ich versucht habe, Forge of Empires im Browser zu öffnen, öffnet sich bei mir die Handy-App. Es ist also für mich gar nicht möglich, das zu öffnen. Aber vielleicht wisst ihr, wie es geht und dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare rein. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass man einen bestimmten Browser installiert haben muss. Mit Safari geht es bei mir auf jeden Fall nicht. Ja, gibt es noch was zu sagen? Na ja, GVG ist wie gesagt das, was vor den Gildengefechten kam und es ist nicht allzu gut gewartet. Es gibt also jede Menge Fehler, die passieren können im GVG, womit man nicht so einfach rechnet. Was uns kürzlich aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel diese Zeit hier, die der Countdown noch herunterzählt, während er eigentlich schon abgelaufen ist. Das kam jetzt einige Male vor und dann konnten eben bestimmte Aktionen nicht mehr durchgeführt werden. Was auch im Moment sehr auffällig ist, ist, dass man eine Armee sich aufstellt für einen Angriff, hier in dieser Leiste. Dann wechselt man das Zeitalter und plötzlich kann man hier nichts machen. Also man versucht dann irgendwie anzugreifen und man versucht irgendeine Aktion durchzuführen, aber es funktioniert gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gedrückt habe, aber ihr seht, irgendwie hat es sich gerade aufgehängt. Also auch eine ganz wunderbare Demonstration dessen, dass es hier immer wieder Probleme beim GVG gibt. Und dann muss man die Karte wieder neu laden oder das Spiel wieder neu laden und geht wieder zurück auf die Karte. Ja, das liegt daran, dass Forge of Empires GVG nicht mehr gut pflegt. Dennoch lohnt es sich, weil GVG hat eine große strategische, ja ist strategisch sehr interessant und sehr anspruchsvoll. Und es macht dadurch einfach auch eine Menge Spaß und man kann das mit einer guten Gilde sehr effektiv spielen. Und dann kommt man natürlich aber auch automatisch zu der Frage, was hat man dann davon, außer dass es vielleicht grundsätzlich ein bisschen Spaß bringt. Naja, gar nicht mal so viel. Anders als in den Gildengefechten. In den Gildengefechten kann man halt bei jedem Kampf, den man durchführt, Preise gewinnen. Es gibt bei den Gildengefechten eine Chance, dass man, ich glaube in 50% der Fällen bekommt man irgendeinen Preis. Und ich glaube in einem Viertel der Fälle sind es Forgepunkte. Die Währung schlechthin, die man hier im Spiel braucht. Und was kriegt man im GVG? Man bekommt Ranglistenpunkte. Ranglistenpunkte für die Gilde und Ranglistenpunkte für einen selbst. Ranglistenpunkte kann man hier oben einsehen. Das ist die globale Rangliste der Spieler und die globale Rangliste der Gilden. Man kann in einer Rangliste nur weit oben stehen, wenn man in einer Gilde ist, die auch GVG spielt. Weil alle Punkte, die man, oder alle Prestigepunkte, die man im Spiel erreichen kann, haben ein gewisses Maximum. Also irgendwann hat man die höchste Stufe, die höchste Gildenstufe erreicht, nämlich Level 100. Und irgendwann hat man das Maximale erreicht in den Gildengefechten. Was man bekommen kann, und das sind 18.000 Prestige, wenn man in der Diamantliga mit 1000 Matchmaking-Rankpunkten spielt. Also diese Ligapunkte, die hier. Dann bekommt man eben 18.000 Prestige. Und dann bekommt man noch dazu, was man aus der Gildenstufe bekommt. In unserem Fall hier 2.125 Prestige. Und alles andere kommt eben aus dem GVG. Das heißt, wenn man in einer Gilde spielen will, die weit oben in der Rangliste ist, dann muss diese Gilde zwangsläufig GVG machen. Und wenn euch das wichtig ist, dass ihr in einer Gilde spielt, die weit oben ist in der Rangliste, dann solltet ihr das GVG auf die ein oder andere Art unterstützen. Entweder indem ihr selbst mitspielt. Es macht Spaß. Ich kann euch es sehr empfehlen. Oder indem ihr Gildengüter spendet. Man bekommt aber auch selbst Ranglistenpunkte, da man viel kämpft. Und wie ihr vielleicht wisst, bekommt man für jeden Kampf, den man macht, Punkte. Ich kann jetzt einfach mal einen beliebigen Nachbarn angreifen. Dann zeige ich euch das Beispiel mal. Oder dann zeige ich euch mal, wofür man Punkte bekommt. Und zwar habe ich jetzt diesen Nachbarn hier angegriffen und bekomme dafür 100.200 Ranglistenpunkte. Und diese Punkte bekommt man natürlich auch im GVG, wenn man einen Kampf gewinnt. Und das ist abhängig davon, auf welcher Karte man spielt und gegen welche Einheiten man anträgt. Man bekommt natürlich weniger Punkte in der Eisenzeit und dementsprechend mehr Punkte in der Zukunft. Es gibt eine besondere Karte, das ist die Alle-Zeitalter-Karte. Man kann in allen Karten generell nur mit den Einheiten dieses Zeitalters spielen, außer im Alle-Zeitalter. Da kann man mit allen Einheiten spielen, außer mit Einheiten aus der Bronzezeit und der Eisenzeit. Genau, weil man eben aus der Bronzezeit noch nicht GVG spielen darf. Und in der Eisenzeit gibt es eine Begrenzung, weil in der Vergangenheit hier immer alles vollgestellt wurde mit Eisenzeiteinheiten. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das soll es gewesen sein für die erste Folge. Und in der nächsten Folge würde ich gerne mir mal anschauen, wie es ausschaut. Naja, mir fällt noch was ein, was man bekommt. Und zwar bekommt man Machtpunkte für die Gilde. Das muss ich auch noch mal kurz zeigen. Jetzt bin ich wieder auf der falschen Karte gelandet. Es gibt hier einen Lock. Und in dem Lock sieht man, wie viele Machtpunkte wir bekommen haben. Und zwar haben wir von gestern auf heute 23.213 Machtpunkte bekommen. Durch das GVG. Und diese Machtpunkte bekommt man über die Sektoren, die man hält. Und wie man sieht, jeder Sektor hat eine gewisse Anzahl an Punkten. Man sieht hier zum Beispiel, wenn man mit dem Pfeil über den Sektor geht, dass dieser Sektor 64 Machtpunkte gibt. Dieser hingegen gibt 96. Und das addiert sich halt alles zusammen. Und im Lock kann man halt sehen, dass es jetzt hier ungefähr 320.000 Machtpunkte waren für uns. Und diese Machtpunkte, die sorgen wiederum dafür, dass man in der Gildenstufe steigt. Da braucht man eine ganze Menge Machtpunkte. Aber man bekommt ja eben, wie man gesehen hat, auch eine ganze Menge dazu. Wenn man entsprechend viele Sektoren hält in Gilden oder Versus Gilden. Gut. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein zum Thema. Und ich würde dann mit der Serie demnächst fortfahren. Und ich hoffe, dieses Video war interessant für euch. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten dabei seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.